Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YouTubers Live. Ähm, uns wurde gerade der Song zugeschickt, da dazu brauchen wir noch eine Groovebox. Und die müssen wir uns noch ganz schnell bestellen, weil wir die ja natürlich nicht haben. Ey, du bist mit deinem Video fertig, zeig mal das Ergebnis. Kannst du ruhig laden. Schokolade essen. So, wir brauchen Instrumente und zwar Grooveboxen. Hier, 190. Ich hab das Talent nicht. Ich geb dir gleich, ich hab das Talent nicht. Kann ich hier, hab ich hier irgendwelche Talentpunkte zu vergeben? Nein. Och, ernsthaft? Hier, dieses Ding hier brauch ich. Gut, diesen Auftrag können wir dann wohl vergessen. Nimm mein Video auf. Das hier läuft gerade noch am besten Cover. Ein Reggie mit dem E-Bus. Perfekt. Da hast du gar ein Zweier-Computer, weil der hier gerade noch arbeitet. Automatisch weiter. Ich geh nochmal eine Runde stafen. Dann knutsche ich leidenschaftlich mit meiner Freundin. Das ist auch ein Lebensbedürfnis. Ja, das sieht so aus, als wenn sie gerade am Kacken wäre, aber in Ordnung. Aber mein Video geht schon sehr krass ab. Also wenn man bedenkt, dass die fast gleichzeitig eröffnet wurden praktisch. Okay, aber ich muss jetzt mal arbeiten gehen, um den Auftrag da zu erfüllen. Dann wirst du leidenschaftlich abgeknutscht. Oder nee, die geht jetzt auch. Ja, dann bringen sie uns vielleicht was Schönes mit. Man weiß ja nie. Arbeiten. Arbeiten ist ja sehr wichtig. Sie müsste jetzt auch beinahe fertig sein mit ihrem Video langsam. Okay, Fähigeschlagen wäre ich egal. Selbst ist ein Musiker. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich wieder ein neues Lied komponieren. Ja, du kannst es hochladen und gleich ein neues Video. Gleich ein neues, immer gleich hinterher. Such dir irgendeinen Scheiß auf. Denk dir irgendwas dazu aus. Und du schaffst es. Dann nimmst du wieder einen Einser. Automatisch weiter. Ich gehe arbeiten. Hier ist eine Stunde länger und 10 Dollar mehr. Oh, meine Schatzi ist wieder da. Oh, du hast mir was mitgebracht. Das ist schön. Wofür kriegst du einen Kuss, wenn ich aufgestanden bin? Dann isst du mal was und dann knutschelst du deinen Schatzi ab. So, renn zu deinem Schatzi. Hey, cool, verfügbare Karten. Was gibt's denn Neues? Kein Geld, kein Geld. Hier, die, ich kann ein neues Ende auswählen. Was für ein Schwachsinn. Zwei müssen. Oder drei. Komm, wir machen drei. Und dann piepern wir. Komm, meine Mitarbeiterin da gerade hoch oder wo ist die jetzt hin? Ah, hier, Ergebnisanzeigen. Hochladen. Da fliegen ganz viele Herzen von oben runter. Du solltest da gerade nicht hochgehen. Ähm, hier. Cover. Hip-Hop. Perfekt. Hier ist sie dann zweier. Automatisch weiter. Ja, dann mal wieder arbeiten. Arbeiten ist auch wichtig, dass ein bisschen Geld reinkommt. Die Karriere wirft dir nichts ab. Und ich würde mal sagen, dann verbessern wir schon wieder den vorderen, also den Einzelcomputer, weil das Video bis dahin hochgeladen haben sollte. Okay, aufrüsten. Weil ich denke, wenn man die Computer auch immer verbessert, dass dann alle Videos besser werden, auch die Vormitarbeiter. Das Gehäuse. Das Gehäuse, dann haben wir schon eigentlich kein Geld mehr. Ich glaube, das können wir uns ein bisschen sparen, weiter zu schauen. Ja, cool. Dann gehe ich schlafen. Dann gehe ich gleich wieder arbeiten. Irgendwer muss ja hier das Geld reinbekommen. Fräulein, hier geht ja nur gerne shoppen. Und da ist sie wieder weg. Unsere Computer gehen irgendwie nicht mehr kaputt, so wie bei der Gaming-Karriere. Da ging ja irgendwie alle fünf Minuten gefühlter Computer kaputt. Hier, du bist fertig. Zeig, dass sie... Oh, sie ist max-leveled. Das heißt, sie bräuchte eine größere Wohnung eigentlich. Sie ist auch einfach an einem höheren Level als ich, also... Na gut. Ach nein. Video aufnehmen. Teil hat das noch das Beste hier. Mache ein Cover davon. Mit Reggie. Mit diesem Synthesizer. Viel Spaß. Ne, du gehst dann ein, seit jetzt ist es besser. Schlafen. Dann einmal piepern, dass das wieder aufgefüllt ist. Hallo, ihr Hübschen. Beste Nachricht. Immer dasselbe. Das ist großartig. Oh. Ich bin manchmal ein bisschen doof. Ein Sandwich snacken. Und dann wieder arbeiten. So, du arbeitest hier schön. Ich gehe normal arbeiten. Ich verdiene dein Gehalt. So, Freundin war schon lange nicht mehr zu Besuch. Wir haben halt auch echt die günstige Kondition hier. Geht's hier jetzt auch einfach, weil halt... Weil es keine Ahnung, der 15. ist. Deswegen geht's hier jetzt halt auch einfach. Ist in Ordnung, Bro. Ich glaube, sie kündigt uns einfach demnächst mal. Kann ich mal dein Profil sehen? Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das gelegentlich anschaut. Motiviert ist sie aber. Wir sollten ihren Vertrag verlängern. Okay. Schön, dass du Mitarbeiter bist. Freut mich. 104. Vielleicht sollten wir auch mal wieder ein paar Videos drehen. Weiß nicht. Okay, sie ist fertig. Zeigt das Ergebnis. Boah, die kann halt echt nur noch in diesen Fähigkeiten da unten hochsteigen. Und ansonsten gar nicht. Ähm... Dann nimm das. Mach ein Cover. Ein Metal. Mit ein Mikro. Dann geh auf ein Zweier. Dann mach ich gleich mal ein Video auf mal eins. Danach, nachdem ich nochmal arbeiten war. Sechs Stunden. Dann schlafen. Dann essen. Ey, meine Freundin ist wieder da. Ja, ich bin mal arbeiten, Schatz. Kennst du ja nicht. Leidenschaftlicher Kuss. Ja. Wenigstens produziert die hier ein paar Videos. Das ist halt schon mal was. Das könnten wir mal wieder bewerben. Einfach so. So, schauen wir mal, ob das was hilft. Sind bei 8 Dollar. Und mal wieder unsere Freundin abknutschen. Okay, aber dann würde ich mal sagen, das war's dann für die Folge. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn's weitergeht bei YouTubers Live. Bis dahin. Tschüss.